Wilhelm von Tighethoff war Vizeadmiral und Kommandant der österreichischen bzw. österreichisch-ungarischen Kriegsmarine. Leben Erziehung zum Seeoffizier Wilhelm von Tighethoff wurde 1827 als Sohn eines K. K. Oberstleutnants geboren. Die Familie Tighethoff war im 18. Jahrhundert von Maria Theresia geadelt worden, deren Initialen sie auch im Wappen führt. Mütterlicherseits war er mit dem Wiener Bürgermeister Baron Seiler verwandt. Tighethoff hätte, wäre es nach seinen Eltern gegangen, einen Zivilberuf ergriffen, es zog ihn jedoch zur See und sein Vater ließ ihn gewähren. So besuchte er von 1840 bis 1845 die K. Sekunden österreichische Marinekollegium in Venedig und wurde dort als Marinekadett ausgemustert. Am 23. Juli 1845 ging er erstmals im regulären Dienst an Bord eines Schiffes. Die Revolution von 1848 und die folgenden Veränderungen förderten Tighethoffs schnelle Karriere. Zum Seeoffizier ernannt, machte er während der Jahre 1848 und 1849 die Blockade von Venedig mit und wurde danach bei vielen Fahrten und Expeditionen der Kaiserlichen Marine bis in die Levante und zu den sogenannten barbaresken Staaten verwendet. Erste Erfolge 1854 wurde Tighethoff zum Kommandanten des Kriegsschoners Elisabeth berufen. Zu dieser Zeit wurden die Schiffe, auch die Kriegsmarine, intensiv auf die Dampfkraft umgerüstet. 1855 erhielt er das Kommando über den Raddampfer Taurus, der sein Einsatzgebiet im Donaudelta hatte, wo die Interessen Österreichs, Russlands und des Osmanischen Reichs aufeinander und auf das wachsende Selbstbewusstsein der dort siedelnden Völker stießen. Der junge Seeoffizier fiel dort durch hervorragende Leistungen auch im diplomatischen und organisatorischen Bereich auf. 1859-1860 nahm er von Marinekommandant Erzherzog Ferdinand Max Bruder von Kaiser Franz Josef I., berufen an der Reise des Erzherzogs nach Brasilien teil. Die weitere Karriere ging sehr schnell voran. 1861 wurde Tighethoff zum Linienschiffskapitän befördert. Damit verbunden war das Kommando der österreichischen Flottenabteilung in der Levante. Im Deutsch-Dänischen Krieg, auf deutscher Seite von Österreich und Preußen geführt, kämpfte er 1864 gegen Dänemark. Das Seegefecht bei Helgoland wurde von den Österreichern trotz erheblicher Verluste als Sieg betrachtet. Damit war der Weg frei zur nächsten Beförderung. Der erst 37-jährige Offizier wurde zum Kontradmiral befördert. Sieg bei Lissa 1866 Sein Sieg in der Seeschlacht von Lissa am 20. Juli 1866 gegen die italienische Flotte im verlorenen Deutschen Krieg machte ihn zu einem Seeelden. Für seine Rammtaktik gegen die überlegene italienische Flotte erhielt er das Kommandeurkreuz des Militär Maria Theresien Ordens und wurde zum Vizeadmiral befördert. Einen nicht geringen Anteil an diesem Sieg hatte der Festungskommandant von Lissa Oberst David Freiherr von Urs de Magina, der die Italiener sehr geschickt in Schach hielt, bis der Admiral ihm zu Hilfe eilen konnte. 1866 bis 1867 führten ihn Studienreisen nach Frankreich, Großbritannien und in die Vereinigten Staaten. Mittlerweile wurde der Kaiserstaat mit dem österreichisch-ungarischen Ausgleich 1867 zur Doppelmonarchie umgebaut. Admiral und Marinekommandant Ferdinand Max war am 10. April 1864 zum Kaiser von Mexiko ausgerufen worden und hatte auf alle Funktionen in Österreich verzichten müssen. Von 1865 bis zu seinem Tode füllte Tigethoff die Funktion eines Marinekommandanten aus. Erzherzog Leopold ab 1865 Marine-Truppen- und Flotteninspektor wurde von Franz Josef I. am 25. Februar 1868 seines Postens enthoben. Der Kaiser ernannte gleichzeitig Vizeadmiral Tigethoff in Nachfolge von Vizeadmiral Ludwig von Fautz zum Chef der Marinesektion und somit Stellvertreter des Reichskriegsministers für Marineangelegenheiten und gleichzeitig zum neuen Commandanten SR. Majestät Kriegsmarine und vereinigte so alle Funktionen in seiner Person. Durch die gebündelte Befehlsgewalt konnte er, gegen den Widerstand des Generalstabs, seine Reformvorhaben bezüglich der österreichischen Kriegsmarine in kurzer Zeit bis zu seinem frühen Tod vorantreiben. Seine Innovationen blieben bis zur Niederlage und zum Ende der Doppelmonarchie im Herbst 1918 in Kraft. Tod Tigethoff erkrankte 1871 im Alter von 43 Jahren an einer Lungenentzündung, an der er am 7. April 1871 verstarb. Sein Grab befindet sich auf dem Friedhof von St. Leonhard in Graz. Er hinterließ seinen Brüdern sein gesamtes Vermögen. Die bescheidene Summe von 267 Gulden und 40 Kreuzern. Einem Gulden des Jahres 1871 entsprechen in heutiger Kaufkraft rund 6 Euro. Ehrungen Wien Im Jahr 1866 wurde in Wien Landstraße die Lissagasse nach der Seeschlacht von Lissab benannt. Im Jahr 1877 wurde in der inneren Stadt die vom Neuen Markt ab Zweigende und zur Ecke Albertineplatz-Maisedergasse gegenüber dem Palais Erzherzog-Albrecht-führende Gasse Tegethoff-Straße benannt. Seit 1886 erinnert das monumentale Tigethoff-Denkmal von Karl Kundmann und Karl von Hasenauer auf dem Wiener Praterstern an Tigethoff. Schließlich wurde 1914 im 20. Bezirk Brigittenau die Helgoland-Gasse nach dem Seegefecht bei Helgoland benannt. In Wien fährt ein Unterhaltungsschiff der DDSG Bludenjub unter dem Namen Admiral Tigethoff. Graz In seiner Heimatstadt Graz wurde die 1975 fertiggestellte Mörbrücke in Verlängerung der Belgiergasse Tegethoff-Brücke benannt. Weiters gibt es im Grazer Bezirk Grieß eine Lissagasse als Quergasse zur Lazarettgasse und damit nahe dem oder am dortigen ehemaligen Lazarett. Polat Dann Graz in Polat dem Hauptkriegshafen der K.U.K. Kriegsmarine wurde 1877 ein von Karl Kundmann, der später auch die Wiener Tegethoff-Statue schuf, gestaltetes und von der K.K. Kunstherzgießerei in Wien gegossenes Denkmal für Admiral Tigethoff mit folgender Inschrift errichtet. Tapfer kämpfend bei Helgoland-Glorreich siegend bei Lissag erwarb er unsterblichen Ruhm sich und Österreichs Seemacht. Anführungszeichen Nach dem Zerfall der Donau-Monarchie Campola 1918 zu Italien gegen das Tegethoff zur See gekämpft hatte. Das Denkmal wurde daher abgebaut, in Venedig eingelagert und 1935 in Graz sankt. Leon hat auf dem Tegethoff-Platz wieder errichtet zwei Häuserblöcke statt einwärts seiner letzten Ruhestätte. Die etwa 3,5 Meter hohe und etwa 1,5 Tonnen schwere Bronzestatue wurde nach Begutachtung wegen Korrosionsschäden 2013 vom Podest in 4 Meter Höhe entfernt und zur Restauration eingelagert. In der Diskussion über die Wiederaufstellung sprach sich der Bezirksrat dafür aus. In Kooperation mit dem Bundesdenkmalamt soll das gesamte Standbild 2016 mit Kosten von 250.000 Euro restauriert werden. Linz In Linz gibt es eine Tegethoff-Straße in der Nähe des Hauptbahnhofes. Schiffe Das eigens für die Expedition gebaute Schiff der österreichisch-ungarischen Polarexpedition von Julius Peer und Karl Weibrecht 1872 bis 1874, die die Inselgruppe Franz Josef Land entdeckte, wurde ihm zu Ehren S. X. Admiral Tegethoff getauft. Der Teil der Hallinsel, den die Expedition am 30. August 1873 als ersten der Inselgruppe erblickte, trägt bis heute den Namen Kap Tegethoff. Die größte und stärkste Schiffsklasse an stehlenden Großkampfpanzerschiffen der K. U. K. Kriegsmarine wurde ihm zu Ehren als Tegethoff-Klasse bezeichnet und umfasste die vier Schlachtschiffe S. M. S. Veribus Unitis S. M. S. Prinzzeugen S. M. S. Szent Istvon und S. M. S. Tegethoff Ursprünglich sollte auch der 1938 gebaute Schwerekreuzer Prinzzeugen, der die Tradition der österreichischen Flotte in der Kriegsmarine des Deutschen Reichs aufrecht erhalten sollte, nach Tegethoff benannt werden. Doch befürchtete man, das verbündete Italien durch diese Namensgebung zu vergrämen. Der Kreuzer sank 1946 im Pazifik, nachdem er im Zuge der Operation Crossroads als Zielschiffe zwei Atombomben-Tests Abel und Baker gedient hatte. Museale Rezeption Im Heeresgeschichtlichen Museum in Wien, wo die Geschichte der österreichischen Marine im Detail dokumentiert ist, befinden sich mehrere Erinnerungsstücke und persönliche Gegenstände Tegethoffs. So werden zahlreiche Porträts gezeigt, darunter auch eines von Georg Decker. Weiters sind Tegethoffs Säbel, mehrere Fotografien. Sein Kommandeur kreuz des Militär Maria Theresia Ordens und ein Ehrengeschenk der Stadt Triest in Form eines goldenen Tafellaufsatzes ausgestellt. So können wir mit der Ebene Entfege anklangieren! So können wir in den Informationen zur Ebene entfege übernommen! So können wir das hier her und die Erinnerung gehalten! So können wir das hier sehen! Vielen Dank.